Ein Dino-Kuscheltier? Mir gefällt die Idee, die Welt mit einem Kuscheltier zu retten. Sicher, dass du nicht willst, dass ich dir deinen Kindheitstraum erfülle? Gib dir keine Mühe. Ich habe keinen. Jedes Kind hat einen Traum. Das sehe ich anders. Du musst dich nur wieder daran erinnern. Lass mich dich berühren. Dann offenbart sich dir dein Kindheitstraum. Eine brillante Idee, Wishmaker. Lass seine Träume in Erfüllung gehen und zeige mir Ketmoas wahres Gesicht. Pass auf, Ketmoa! Bedeutet dieses Kuscheltier jemandem von euch was? Ein Dino-Kuscheltier! Lebe deinen Kindheitstraum! Wie toll, ich wollte schon immer eine Strickfee im wahren Leben sein. Marinette? Lady Buck ist Adrians Mitschülerin Marinette? Endlich weiß ich, wer hinter dieser Maske steckt! Zweite Schock! Niemand darf erfahren, wer wir wirklich sind. Glückspringer! Ein Dino-Kuscheltier? Den ersten Teil der Lösung weiß ich schon. Eine brillante Idee, Wishmaker. Lass seine Träume in Erfüllung gehen! Kettenhoher, duck dich! Hey! Ein Dino-Kuscheltier! Lebe deinen Kindheitsraum! Als ich klein war, wollte ich immer so sein, wie es sich meine Eltern vorgestellt haben. Mein Sohn! Als Kind wollte ich immer Mitglied der Dino-Gruppe sein. Dann brauchen wir Sie, um Wishmaker zu besiegen. Tut mir leid, Lady Buck, aber das ist nicht der richtige Moment. Zweite Chance! Untertitelung des ZDF für funk, 2017